Wunderschön, willkommen zurück zu Resident Evil 6, zusammen mit dem Shiki-Boing als Sherry-Lady da drüben. Hey, du hast geguckt, ich hab's gesehen. Oh, Entschuldigung, hast du wenigstens den Po geputzt? So, fertig. Wollen wir noch die Hände waschen? Hast du wenigstens den Po geputzt? Ich wasche meine Hände nicht, nur in Unschuld. Okay, ja, wir sind fertig, glaube ich. Ja, genau, ich muss dich, glaube ich, hier hochwerfen. Also, in der letzten Folge sind wir so ein Robian entkommen. Ja, und ich darf... Ich glaube, den sehen wir wieder. Meinst du? Ich hoffe nicht. Wo muss ich denn lang? Hier sind... Ach, hier ist eine Kiste, warte. Hier ist eine Kiste und mit Munition und hier ist eine Tür. Aha. Ich guck mal kurz. Ich muss, glaube ich, nur Sachen sammeln. Ja, kannst du oben auch Sachen sammeln? Ja. Oh, hier geht's nach unten weiter. Ich hab hier unten noch einen Keller. Ja, warte, ich komm nach unten wieder. Aber ich, aber ich glaube, ich muss... Achso, du kannst da oben nur Sachen sammeln. Stimmt, ich konnte hier drüber... Soll ich dich auch mal eben hochwerfen, oder was? Das geht ja nicht. Aber hier ist zum Beispiel... Oh, ich bin jetzt erschrocken. Ich möchte jetzt gerne das Rot noch mixen. Nee, du musst erst das Rot mixen mit Grün. Na klar. Ach, scheiße. Musst du dir jetzt aufheben fürs nächste Mal. Toll. Super. Toll, Stefan. Toll. Los, aufsehen. Mir nach. Ja, ich bin noch gleich soweit. Halt. Zurück. Was redest du da? Ernsthaft jetzt? Halt. Gehst du mir auf die Nerven? Nein. So, jetzt aber. Ah, immer dieser Roundhouse-Kick. Oh, oh. Das kommt euch bekannt vor. Da drüben kommen wir raus. Schnell. Oh, weißt du, was das ist? Stürzt doch auch gleich alles ein. Oh, Gott. Ich wollte hier aufsicht, sollte ihr dringend mal vorbeischauen. Die Bau. Hier drin ist es noch kälter als draußen. Ach, das ist jetzt die Szene, wo... Wo... Ich erinnere mich irgendwie nicht. Hier ist eine Waffe. Ja, eine Waffe ist gut. Sprengsatz. Toll. Tolle Waffe. Tolle Waffe gefunden, Schicky. Ich bin Sherry. Äh, Sherry, Sherry. So, komm. Roundhouse-Kick brauchen wir. Das ist die Szene mit Simmons. Nee. OMG. Boah, das hat Bums gemacht, ne? Ja, ich hab... Ich hab die Fässer gesehen und sofort reagiert. Super. Ja. Super gemacht. Ja. Eins. Live. Genau. Hier drüben ist doch ein Fass, warte mal. Das schlägt den Fass... ...den Boden aus. Ja, aber jetzt nicht so eine Billion-K-Lauer, ja? Wo bist du? Ähm, ich hab hier gerade mit Typen zu tun. Ja, ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Ja, einfach mal V-drücken. Nö. Warte mal. Keine Ahnung. Hier ist ja noch einer. Und noch einer ist tot. Jetzt auf alle Fälle. Hm. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ist okay. Oh, da ist irgendwer. Ah, ich drück immer Shift-Taste zum Rennen, ey. Ich hab hier mit Typen zu tun. Echt? Boah, da kommt ein Messer-Typ. Warum wir nicht einfach hier zur Tür gegangen sind? Aber ist okay. Ich... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich mach jetzt hier oben... Sammle ich jetzt Gegenstände ein und finde eine neue Waffe. Was ist das? Der Elefantenschlechter. Oh, ich will die auch haben. Der muss hier nach oben kommen. Wo denn? Wo ist denn... Ach, hier ist die Treppe. Warte. Schneller, schneller, schneller. Der Elefantenschlechter. So, bin ich jetzt da? Na, nicht. Wo bist du? Da. Ja, du bist... Genau, da musst du langen. Da ist ein Typ übrigens, der kommt auf dich zu gerannt. Ja, der ist jetzt weg. Ich will den Elefantenschlechter mal testen. Wo ist er? Wo ist er? Der Elefantenschlechter. Hier im Raum. In welchem Raum denn? Hier, hier. Ach, da. Ich dachte, du... So. Rübergesprung. Hier schießt doch wer. Ach, hier ist die Waffe. Der Elefantenschlechter. Wer schießt denn da? Das ist ja... Also... Der ist ja... Der ist ja göttlich, ist der. Wer schießt denn hier? Habe ich das schon gesagt? Nee. Warum schreist du denn? Hade, 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 Schnicknack. Hade, Schnicknack. Hade, Schnicknack. Bläh. Da ist er. Hohohohohoho. Die gefällt mir. Hat er voll weggebammt. Ja. Ja, gehen wir jetzt einfach mal zur Tür, oder? Ja. Ich denke, dann wird ein Event gestartet. Ach, Quatsch. Hier gibt es doch keine Events in dem Spiel. Hade, Schnicknack. Hade, Schnicknack. Hade, Schnicknack. Holy Trapfits. Hulk, wütend. Hade, Schnicknack. Hade, Schnicknack. Hade, Schnicknack. Oh, Gott. Äh. Dann müssen wir ihn wohl überzeugen. Hade, Schnicknack. Holy Mother. Was macht ihr beiden, ne? Ich weiß es nicht. Das gefällt mir nicht. Au. Kann ich dir irgendwie helfen? Ähm, drauf schießen vielleicht. Ich werf mal eine Granate. Hey, kriegst du nicht. Hier ist eine rote Kiste. Äh, der ist hinter mir. Ja, ja, komm her. Äh, oder auch nicht. Ich hab keine Munition mehr. Ehrlich jetzt. Oh, ho, 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 ho. Warum kommt der denn nicht zu mir? Weiß ich nicht. Oh, er kommt, er kommt. Zu dir? Ja, scheiße ist. Ich hab zu spät. Auf die Kiste schießt. Er kommt nach oben. Er geht nach oben. Scheiße. Ich bin weg. Das doofe ist, dass ich nicht genug... Warte mal, warte mal, warte mal. Er kommt immer noch nicht zurück. Warum auch immer. Hallo. Hallo, Kollege. Wie geht's? Hallo. Jetzt kommt er rüber. Ja, kommt er rüber? Ja, zu dir. Ja, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich bin hier beschäftigt. Jetzt ist er wieder ganz drüben. Ich hoffe, du hast mir 50 Millionen dich vergessen. Oh, oh, oh. Die kleinen brauche ich jetzt gerade gar nicht. Oh, mein Gott. Oh, ich hänge an der Treppe. Wo bist du? Was muss er denn mit dem machen hier eigentlich? Ich weiß nicht. Ich denke, wir schießen einfach auf die roten Fässer. Und gut ist. Ja. Er kommt gerade hoch. Ja, ich komme. Wir müssen uns dann hier bereit halten. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich würde weggehen, Stücke. Da ist das Fastling hier vorne. Und ich ziele drauf. Achtung. 3, 2, 1. Und weiter. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen wütend. Ich gucke jetzt mal nicht zurück. Der ist unten. Ja, der kommt gleich wieder hoch. Hallo, Kumpel. Hier ist übrigens eine Sackgasse. Ja, eine cool, der Sack. Oh, ich mache mal hier die Leiter runter. Vielleicht klettert der hoch. Jetzt kommt der Rummi Rand. Oh, er kommt. Ich würde jetzt wieder. Er kommt. Ja, am Platz, Platz. Wo ist der Elefant ein schlechter? Ich habe keine Position dafür. Achtung. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Wo haben wir denn jetzt hier noch Kisten? Weiß ich nicht, wo haben wir denn noch welche? Also nicht. Eigentlich müssen wir ihn hier durchrennen lassen, oder? Wodurch? Hier durch. Held ich jetzt? Ach, das bist du. Verdammt. Okay, er kommt, er kommt. Aua. Ich bin tot. Ich auch. Ich bin... Das ist ein Pfeilboden. Echt? Ordentlich, ne? Nein! Ihre Partnerin ist tot. Starten Sie. Von vorn. Ach, einen leckeren Schluck Cola. Verdammt, Sie haben uns gefunden! Mist. Hast du das Arschlöcher denn nicht Besseres zu tun? So. Okay, also erstmal wieder Munition sammeln, stundenlang. Ey, das ist die ganze Dings jetzt für den Arsch, dass wir auch die Munition nicht gekriegt haben? Jo. Oh, nee, ne? Das ist natürlich scheiße. Aber ich hole mir jetzt erstmal den großen Elefanten schlechter. Ja, ich sammle hier alles ein. Mal gucken. Die Frage ist bloß, was tun wir? Hm, ich dachte, wir locken ihn mit den... Mit den Kisten halt, ne? ...denn damit irgendwie in die Luft sprengen. Weil die Tür kriegen wir auch hoch auf. Na, da müsstest du mal gucken, wo wir die Kisten haben. Ja, unten sind ganz viele an den Seiten. Oben, oben war ja schon gut. Ich komme jetzt auch nach oben. Vielleicht, dass wir als erstes nach oben gehen und da ein paar Schläge versetzen. Möglich, möglich. Zum Beispiel hier mal alle Leitern runter machen. Ja, dass wir sie nicht nachher machen müssen. Dass wir genug Fluchtwege haben. Achso, warte, dann müssen wir noch hinten langlaufen. Ach, komm, los. Ha! Oh, 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 oh. Du Arsch. So, ich habe jetzt hier hinten die Leiter auch unten. So. Also von mir aus könnten wir jetzt... Ach, lass uns doch noch ein bisschen hier... ...ein Kefken trinken. Oh, da kommt noch mal einer. Dann werde ich hier mal kombinieren. So, noch mal Munition. Das M-E sollte ich haben. 43 Schuss in der Wumme. 71 habe ich so. Das ist mit dem Elefanten... Oh, 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 oh. Du hast denn Musche wieder. Hier ist noch ein Typ. Ach nee, das bist du. Ach nee, das bist doch nicht du. Nee, das da bin ich nicht. Aber aus der Ecke kommen sie immer wieder. Über das Seil. Naja, über das Seil kommen die da ja runtergerannt. Ja, dann können wir uns hier unendlich Munition besorgen. Das ist der Nächste. Hier ist er. So. Lässt er jetzt immer wieder Munition fallen? Das wäre natürlich gut. Ja, bei mir nicht. So, na dann, lass uns mal. Ja, ist ja gut. Das ist das Longplay von Resident Evil 6. So. Und im ersten Kapitel. Ja, ja. Okay, den habe ich jetzt gar nicht erwartet. Nach oben rennen? Ja. Irgendwie. Dann müssen wir ihn wohl überzeugen. Bist du? Ich renne nach die Treppe hoch. Wer kommt? Okay, Dicky Mick, Dickhead kommt. Ich glaube, er ist da. Achtung. Ja, ich schieße drauf. Und ist er da? Äh, shit, 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 shit. Ich bin runter. Ich renne, glaube ich, mal zu anderen Leitern. Wo ist er denn? Den kriegst du nicht. Hast du gehört? Den kriege ich nicht. Komm, ich gehe über die andere Leiter. Ja, ich bin gleich bei dem nächsten Fässchen. Sehr gut. Da bin ich. Ich sehe dich. Achtung. Ich habe ihn im Visier. Noch nicht. Ich hoffe, du hast meine 50 Millionen nicht vergessen. Genau. Jetzt müssen wir hier unten. Oh, aua. Von hinten. Jetzt ist er da oben. Kommt er runtergesprungen? Jawohl. Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, einfach hier warten. Wo bist du denn? Ach, da oben bist du. Komm runter. Hier unten sind die Fässchen. Ja, ich bin hier unten. Ach, jetzt geht er hoch. Der rennt hier unten, alles kaputt. Wo ist er das nächste Fass? Kommt er mir jetzt hinterher gerannt? Ja, sehr gut. Nee, doch nicht. Er kommt hoch. Ah, shit, 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 shit. Ja, ich komme runter. Ich komme runter. Ich bin unten. Okay. Wir müssen uns, glaube ich, mal einigen, wo wir hinlaufen. Voller Panik. Ich bin jetzt hier hinten am Fass. Ja, ich sehe dich. Ich komme. Bleib oben, bleib oben, bleib oben. Versuch den Fass abzuschießen dann. Achtung. Ich komme. Mist, 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 Mist. Komm, Schatz. Ich bin schon unterwegs. You are underway. Oh. Scheiße. Hast du einen Assen? Ja. Viele Fässer habe ich jetzt nicht mehr. So, haben wir hier überhaupt noch ein Fass? Ja, natürlich. Hier links ist auch noch eins. Oh, er hat eine Granate. Er hat eine Granate. Ich sehe es. Oh. Das war's, die Länder, Mist. Ja, ich habe ein Befanten-Ding im Kopf geschossen. Astrein. Ich habe ihn in den Rücken geschossen. Eins von beiden wird geholt. Vielleicht auch, wenn wir es zusammen. Bitte warten Sie. Nein, ich dachte, wir können abhauen. Jetzt sind wir mit ihm zusammen hier runter. Ach. Hier ist ein Loch. Wo kommt das her? Ja, genau. So ein verlegenes Lachen war das eben. In Sicherheit, super. Safety first. Ja, Sherry. In Sicherheit. Ich bin wieder eine Horror-Mission hier. Oh, voll Horror-mäßig hier. Na ehrlich. Tod durch die Klinge ist der Schlimmste. Es ist schrecklich. Söldner wie ich. Wir können uns nicht aussuchen, wie wir stehen. Was zur Hölle? Tja, aber dafür werden Sie angeheuert, oder? Oh, grünes Kraut. Gehen zu sterben ist das eine. Da habe ich die Wahl. Grundlos zu sterben, das gefällt mir gar nicht. Also, verraten Sie mir jetzt, was dieses Scheiß-Ding war und warum es mich umbringen will. Das Ding ist wie die Jabo. Eine bio-organische Waffe, die den Cedius trägt. Er wird von einer terroristischen Organisation namens Nio Umbrella eingesetzt. Nio. Wake up, Nio. Das stimmt. Och, wie süß. Oh, warte mal. Oh, es wird hell. Ich sehe es, ich sehe es. Yeah. Oh. Ah. Kleinen Moment, ich muss meinen Rücken durchdrücken. So, jetzt aber. Hey. Kann es sein, dass das Wesker hier ein bisschen mehr aushält? Ja, kann sein. So, noch nicht aufmachen hier. Hier waren Kisten, glaube ich, irgendwo, ne? Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Nee. Paran. Ja, ja. Hadus habe ich gesehen, ja. Ähm, okay. Oder wollen wir ja... Ich pad. Wir schauen erst mal ins nächste Gebiet, nach dem Ladevorgang. 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 Ein Panzer. Die Sequenz ist doch irgendwie ruckelig, oder? Mhm. Ah, okay. Kim. Sie waren in Raccoon City. Woher wissen Sie das? Claire. Moment. Sind Sie Chris? Meine Schuster hat mir von Ihnen erzählt. Captain, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Was? Ach, da war Finn. Hast du gesehen? Mhm. Oh nein. 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 Ach, nö. Doch. Wir reden später. Jetzt suchen Sie sich sofort Deckung. Ach so, die kümmern sich da drum. Nee, haben wir da nicht mitgekämpft? Echt jetzt? Ja. Ja, super. Ich gehe mal hier erstmal hier. Komm hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Wir werden uns darum kümmern. Komm hier hoch. Jo. Und hier machen wir nämlich einen kleinen Cut an der Stelle. Ein Folgenpäuschen. Und danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ja, dann üben. Tschüss. Wir helfen Ihnen. Ja, dann üben. remix